Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Safari Park. Und es geht hier gut los, wie ihr seht. Es ist direkt eine Krankheit ausgebrochen in unserem Gehege. Ich habe natürlich wieder das Tor vergessen, so wie immer. Aber das bauen wir hier mal auf der rechten Seite ein. Das passt ganz gut, weil hier konnten wir eh keine Bäume platzieren. Und dann müssen wir schnell eine Ranger-Station bauen. Das habe ich nämlich ganz vergessen. So, die klatsche ich mal eben hier hin. Da wird sie natürlich nicht bleiben. Aber wo die Ranger-Station und das ACU-Gebäude und diese Brutstation hinkommt, darum werden wir uns heute kümmern. Also ich möchte heute gerne so einen kleinen, ja wie nennt man sowas, Industrie-Teil in unserem Park bauen, der auch schick aussieht und der irgendwo in die Ecke kommt, wo er nicht stört und so weiter. Weil auch sowas braucht ein Park und auch sowas müssen wir bauen. Und ich glaube, man kann selbst da ganz schick bauen und das werden wir auf jeden Fall versuchen. Aber jetzt würde ich erstmal unsere Dinosaurier benennen. Ihr habt wieder ganz tolle Kommentare geschrieben mit Namensvorschlägen. Und der erste Namensvorschlag ist Bri-Bri oder Bri-Bri. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Der zweite ist Paco für den zweiten Torosaurus. Dann haben wir natürlich für die beiden Strutiumimos auch Namen. Und zwar haben wir da ganz schöne Namen, wie ich finde. Flip. Und, oh ne, ist da der falsche, ich wollte den anklicken. Und flop. Wer die Kommentare jeweils geschrieben hat, das habe ich vorhin eingeblendet, im Schnitt denke ich mal. Das habe ich nämlich mir nicht aufgeschrieben. Und ich würde sagen, wir schicken jetzt mal eben unser Ranger-Team los. Boah, sind hier schon alle infiziert und angesteckt. Super. Aufgabenplätze voll. Das müssen wir mal eben hier ein wenig tunen. Das gehört dazu. Hier brauchen wir auch nur Teamplanung. Mehr brauchen wir nicht. So, was macht er jetzt hier? Zack. Hat er den einen schon durch den Zaun abgeschossen und geheilt? Nicht schlecht. Das ist natürlich auch eine Methode, ne? Braucht man gar nicht ins Gehege fahren. Wusste gar nicht, dass es geht. Habt er das echt gemacht? Anscheinend. Nicht schlecht. Und ihr habt geschrieben, also die Mehrheit von euch, dass diese Strommasten weg sollen. Dass wir ohne Strommasten bauen, dass sozusagen das Stromnetz unterirdisch... sein wird. Und ja, daran werde ich mich dann natürlich auch halten. Und wenn hier unsere tollen Dinosaurier geheilt sind, was sie jetzt sind, würde ich sagen, widmen wir uns unseren Gebäuden, die für unser Parkpersonal und nicht für unsere Gäste bestimmt sind. Sozusagen den, ja, ich nenne ihn immer Industrieteil. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Name dafür ist. Aber genau das werden wir machen. Und dafür werde ich jetzt mal eben was vorbereiten. So, meine Freunde, ich bin wieder zurück. Und ihr seht schon, ich habe links neben meinem Eingangsbereich den Bereich geglättet und die Bäume entfernt und das Wasser entfernt. Denn genau dort möchte ich meine Ranger-Station, ACU-Gebäude, Ausbrutstation und so weiter unterbringen. Und jetzt müssen wir erst mal schauen, wo dann der Weg im Endeffekt abgehen soll. Den baue ich natürlich wieder hier in... Ja, grau ist das ja. Weil solche Wege, die eigentlich nicht für die Besucher bestimmt sind, baue ich immer in Grau. Und Besucherwege für den Park werde ich in diesem Beigeton halten. Ich würde sagen, der geht irgendwo... Ja, hier ab. Oder macht es mehr Sinn? Ich glaube, das passt schon ganz gut, wenn ich den hier abgehen lasse. Mal so. So ein bisschen was habe ich schon im Kopf, wie ich das bauen möchte. Aber mal schauen, was dann im Endeffekt draus wird. Das wird schon einigermaßen werden, da bin ich mir sicher. Jetzt fängt es ja auch noch an zu regnen. Sehr gut. Und jetzt wird es direkt mit einer Fummelarbeit losgehen, tatsächlich. Wir ziehen diesen Weg mal noch ein Stückchen länger. Einfach nur, damit wir ein wenig Orientierung haben. Ihr wisst ja, was wir machen. Wir machen das mal in einer anderen Farbe. Damit ich sehe, dass hier die Gerade beginnt. Weil hier ist ja noch sozusagen eine kleine Kurve drin. Und ich möchte genau da bauen. Jetzt ist die Frage nur, reicht das vom Platz? Ja, das werden wir im Nachhinein sehen. Weil das Problem ist, dass diese Gebäude, die ich brauche und benötige, wirklich groß sind und viel Platz wegnehmen. Und ja, wir schauen mal. Ich werde jetzt auf jeden Fall das Ganze mal hier bauen. Und in Angriff nehmen. Dafür fange ich einfach mal an. Ganz wirkürlich hier zu bauen. Schön zwei lang. So. Sehr gut. Und. So. Oh, das rastet sogar ein. Noch besser. Ich hoffe, ihr habt es hier auch auf der richtigen Höhe. Wartet mal. Wir tricksen das mal gerade ein bisschen aus, dass wir es auf jeden Fall richtig haben. So. Und jetzt rastet es ein. Das heißt, jetzt sind die beiden Dinger genau gleich lang. Sind die denn beide gleichmäßig zum Weg? Ja, einigermaßen. Ne, ich denke, das passt schon. Und dann machen wir mal eben hier nochmal drei Zäune nach vorne. So. 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 Das ist, glaube ich, doch nicht ganz gerade. Nicht, dass du das so sehe. Aber egal. Das sollte schon einigermaßen passen. Ein bisschen schief ist es wirklich. Puh. Ich glaube, da muss ich noch mal eben einmal bei. So. Jetzt ist es, glaube ich, gerade. Und das Problem ist nämlich, wenn es einmal schief ist, dann hat man im Endeffekt nur noch Probleme. Also es ist immer besser, das wirklich einmal richtig zu machen am Anfang. Und dann hat man auch alles im Endeffekt gerade. Was ja auch sehr, sehr wichtig ist. Wie mache ich das denn jetzt hier? Ich glaube, ich mache das so lang. Ihr wisst wahrscheinlich noch gar nicht, was ich vorhabe. Aber das werdet ihr gleich noch sehen. Das kennt ihr sicherlich auch schon von einem der vorgefertigten Parks, die es gibt. Aber lasst euch überraschen, Freunde. So, auf jeden Fall. So. Sehr schön. Das gefällt mir. Weil hier werde ich tatsächlich eine andere Wegfarbe dann benutzen. Ich mache das, glaube ich, anders. Ich mache das... Ich ziehe als erstes diesen Weg hier lang. Dann wird er auch gerade. Das war ein bisschen zu nah. So ist perfekt, Leute. Seht ihr, wir haben sogar einen Einrastpunkt. Das heißt, der ist perfekt gerade. So soll es sein. Und dann können wir nämlich diesen Weg... Oh, der rastet jetzt gar nicht mehr ein. Doch. So, schön gerade. Hier enden lassen. Genau, perfekt. Und dann seht ihr, hier ist sozusagen der Eingang in den Industriebereich. Sieht doch schon sehr, sehr nice aus. Hier wird dann der Zaun dann noch weitergeführt werden. Und wir bauen jetzt auf jeden Fall das erste Gebäude mal. Die Gebäude sind wirklich riesig. Aber als allererstes kommt hier natürlich die Ranger-Station hin. Nicht mit dem Eingang so, sondern mit dem Eingang so, dass die Autos direkt losfahren können. Weil die Parkplätze sind ja rechts. Dann können die Autos direkt losflitzen, wenn mal was ist. Jetzt müssen wir einmal hier wieder das gerade hinkriegen. Das ist auch nicht so einfach. So, meine Freunde. Ich glaube, viel gerade kriege ich es nicht hin. Ich habe jetzt hier wirklich ein bisschen gefummelt. Ganz gerade ist es nicht. Also es ist nicht zu 100% perfekt. Aber das sollte, denke ich, passen. Wir werden das Ganze jetzt so platzieren. Noch ein bisschen Abstand werde ich noch machen. So, und dann sollten die Autos direkt losflitzen können, wenn mal was ist. Und, ja, ich denke, das ist eine gute Sache auf jeden Fall. Wir führen hier mal den Weg nochmal weiter. So, verbinden wir hier den Weg. Sehr schön. Hier soll der Weg auch tatsächlich rumführen um das Gebäude. Aber ich habe den jetzt doof gebaut hier. Weil ich will ungefähr den gleichen Abstand hier haben. Jetzt ist wieder zu wenig Abstand. Also ich meine den Abstand hier und der hier sollen gleich sein. Aber auch gar nicht so einfach. Kann man immer sehr schwer einschätzen. Ich glaube, jetzt passt es ungefähr, oder? Ne, ist immer noch zu wenig. Das gibt es doch gar nicht. Ja, dieses ganze Industrieteil, das wird jetzt super viel Fummelarbeit. Ist das jetzt oder ist das zu viel? Boah, ich glaube, das passt, Leute. Das lassen wir erstmal so. Sonst müssen wir es im Endeffekt nochmal ein bisschen überarbeiten, denke ich mal. Aber das sollte wirklich passen. Und dann ziehen wir mal hier schon mal die Mauer noch ein bisschen weiter. Zack. Dann müssen wir mal schauen, wie lange wir das hier gleich brauchen. Die Gebäudeaufteilung wird tatsächlich jetzt ziemlich wichtig werden. Was packe ich denn mal hier noch rein? Was macht denn Sinn? So eine Sturmabwehrstation ist, glaube ich, auch nicht schlecht für die Optik. Ist natürlich jetzt nicht vonnöten, weil wir keine Stürme haben, aber es soll ja optisch gut aussehen. Und ich glaube, so ein kleiner Turm, der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ein bisschen Abstand. Gucken wir mal so hin. Das gefällt mir ganz gut. Und dann können wir nämlich... Ich habe da schon eine Idee, wie wir den Weg hier gleich weiterführen, was ganz cool bestimmt aussieht. Erstmal müssen wir gucken, dass der Abstand passt. Ne, der passt natürlich nicht. Ich will den gleichen Abstand vom Weg wie hier vom Gebäude. Zumindest ungefähr. Ganz perfekt mache ich es dann auch nicht, weil das ist mir auch zu viel Aufwand. Dann ist es zu wenig. So. Das passt einigermaßen. Ist ein bisschen mehr als beim anderen, aber... Das soll uns nicht weiter stören. Und jetzt kommt als nächstes... Dass ich hier das auch noch abschrägen will. Wenn wir mal eben schauen, wie wir das genau handhaben. So. Das gefällt mir ganz gut. Ja, das sieht cool aus, oder? Also gefällt mir wirklich schon sehr, sehr gut. Und der Zaun, der wird dann natürlich dem Weg entsprechend angepasst. Da müssen wir wahrscheinlich auch wieder ein bisschen tricksen. Erstmal müssen wir wieder den Abstand natürlich beibehalten. Das wird wieder schwierig. Wird hier zu wenig Abstand. Oh, ich glaube, das passt ungefähr, oder? Ja, da. Ist das zu viel? Ich glaube, das ist zu viel. Passt leider doch nicht. Wird ja klappen können. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das ist zu wenig. Oder passt das? Das könnte passen. Das lassen wir mal so, Leute. Müssen wir nämlich wieder tricksen. Ich will jetzt nämlich nochmal ein Stück weiter natürlich auch wieder hier so eine Rundung in den Zaun kriegen. Ich glaube, wenn wir hier jeweils noch so ein Stückchen weitermachen. Ist das jetzt zu weit, oder geht das? Ich glaube, das geht klar, oder? Das sieht doch optisch ganz nice aus. Das gefällt mir sehr gut. Und wir haben jetzt eine Ranger-Station. Was müssen wir noch unterbringen? Wir müssen definitiv eine ACU unterbringen noch und eine Ausbrütstation. Die Ausbrütstation wird tatsächlich mit am schwierigsten. Scheiße, ihr Händen ist ja schon das Ende des Parks erreicht. Ei, 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 ei. Das wird ganz schön knapp vom Platz. Ich will mal eben gucken. Die Ausbrütstation. Die ist riesig, ne? Die ist halt wirklich ein Problem. Die ist so groß. Ich bin gerade am überlegen, ob sie das nicht... Warte mal, das könnte klappen. Das kann sich wieder nur um Stunden hier handeln. So, ich habe sie platziert. Und mal schauen, ob das so klappt oder einigermaßen so klappt, wie ich es mir dann im Endeffekt vorstelle. Wäre auf jeden Fall schön. Es wird auf jeden Fall platztechnisch sehr, sehr eng hier werden. Aber diese Gebäude sind halt einfach riesig. Und das kann ich leider nicht ändern. Und diese Gebäude schön unterzubringen, irgendwo ist echt auch nicht einfach. Aber im Endeffekt brauchen wir die Gebäude und deswegen bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das zu machen. Schauen wir mal. Das ist nicht mittig. Wir orientieren uns am besten von dieser Seite hier aus. Das ist, glaube ich, einfacher. So, das sollte ungefähr mittig sein. Das ist doch ganz schick bis jetzt, oder? Also gefällt mir wirklich gut. Mal schauen, ob das so platztechnisch von der Ausbrütstation reichen wird. Ich werde da auf jeden Fall ziehen diesen Zaun mal erst mal einmal gerade. Eieiei, wir sind hier schon am Rande des Parks. Das wird wirklich knapp, knapp, knapp. Da habe ich wirklich sehr, sehr knapp gebaut. So, meine Freunde. Das Gehege ist jetzt soweit fertig. Ich bin einigermaßen zufrieden. Also, ja doch, das passt. Da müssen wir natürlich jetzt noch mal eben ein bisschen Wald, ein paar Bäumchen und nicht zu viel und ein bisschen Wasser unterbringen. Ich denke mal, einen Futterspender machen wir da jetzt nicht rein, weil wir müssten Wändern drei Stück machen. Und ihr wisst ja sicherlich, dass man die nicht so dicht aneinander platzieren kann, leider. Die Bäume kann man natürlich jetzt hier auch schon wieder total beschissen platzieren. Vielleicht geht das auf der anderen Seite besser. Ja, das ist, äh, gefällt mir ein bisschen besser. Auch total random irgendwie, gefühlt. So, hier noch ein bisschen Wasser rein. Und dann haben wir unser, äh, ja, Ausbrüt, unsere, unser Entwicklungslabor nennt sich es. Ähm, haben wir dann fertig, würde ich sagen. Das passt, das gefällt mir ganz gut. Gut, und dann können wir das nächste Gebäude in Angriff nehmen. Was wir noch unterbringen müssen, was mir sehr, sehr wichtig noch ist, ist natürlich eine ACU. Und ich würde tatsächlich gerne noch ein Kraftwerk unterbringen. Allerdings nur ein kleines. Einfach aus, äh, optischen Gründen. Die Frage ist nur, wo genau machen wir das hin? Machen wir jetzt hier noch eine Reihe breiter? Oder bauen wir noch nach hinten? Ich glaube, wir machen noch eine Reihe nach hier. Ja, dann sollte das eigentlich passen. Wir machen einfach hier das Kraftwerk hin, würde ich sagen. Und dann nehmen einfach die ACU-Station. Und dann sollten wir alle Gebäude soweit fertig haben. So. Irgendwie sind wir jetzt ein bisschen zu nah am Zaun hier. Aber wir müssen sehen, wenn das Gebäude fertiggestellt ist. Vielleicht ist das gar nicht so bereit. Das müssen wir mal eben abwarten. So. Können wir den Zaun schon mal länger ziehen. Wir müssen aber jetzt echt eben warten, bis das Gebäude fertig ist. So, das Gebäude ist fertig. Und ich finde, das geht klar. Sieht ganz nice aus. Und würde ich sagen, passen wir uns mit dem Zaun auf jeden Fall hier ein bisschen in der Gebäudeform an. Warum nicht? So. Jetzt haben wir hier wieder das Problem, dass wir ein bisschen tricksen müssen. Ach. Schief gebaut. Wenn man so schräg baut, muss man echt immer so ein bisschen austricksen, damit man die Einrastpunkte beibehält. Aber irgendwann sind wir Weltmeister da drin. Dann geht das ruckzuck. Das passt, denke ich. Sehr schön. Die machen wir einfach dicht. Boah. Ist ganz in Ordnung, oder? Ich glaube, ich finde es ganz gut. Wir werden auf jeden Fall noch so einen Ausgang hier, wie wir hier haben, auch auf der anderen Seite noch machen. Und dann wird das, denke ich, sehr, sehr cool aussehen. Hier könnten wir vielleicht noch mal eben... Wartet. Bauen wir, glaube ich, noch mal eben über Eck. So. Zack. Ah. Nicht schlecht. Aber das passt ja gar nicht von der Höhe hier, sehe ich gerade. Wir müssen ja gucken, dass das auch hier bündig mit abschließt. Sagen wir machen hier... ...so die Mauer zurück. Perfekt. Hier kommt dann gleich nochmal der Ausgang hin. Was wir hier noch brauchen, ist... ...machen wir jetzt einfach aus optischen Gründen, damit das hier nicht ganz so leer aussieht. Machen, glaube ich. Ich glaube, das mache ich. So. Ich mache hier... ...ein Dings hin. Die Strommasten verbinden wir gleich noch. Und dann machen wir hier nochmal einen kleinen... Oh, das wird eng. Oh, ich glaube, das ist zu eng. Was ist denn, wenn wir... Was ist denn, wenn wir... Ich würde tatsächlich gerne noch so einen Schutzraum da unterbringen, für das Personal, wenn mal was ist. Kann ja auch auf jeden Fall nicht schaden. Warte mal. Jetzt machen wir mal hier nochmal... ...ne Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut aussehen wird oder nicht. Aber das werden wir dann sehen. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass ich hier... Doch, ich habe mal einen Rastpunkt. Sehr gut. Jetzt ist es zu weit ausgeholt. Das ist wirklich zu viel. Was ist denn, wenn wir... Ich habe ja so gemacht vorhin. Ganz klein das machen. Wenn wir nur so eine kleine Ecke das machen. Das sollte dann ja platztechnisch da hinten schon viel helfen. Ja, ich denke, das könnte dann passen. Wenn wir das wirklich so machen. Dann können wir das auch noch ein bisschen weiter links platzieren. Und dann passt das, glaube ich. Müssen wir das hier auch nochmal natürlich moving. So. Perfekt. Können wir den Kram auch so rum platzieren. Jetzt haben wir ja genug Platz. Sehr schön. Okay. Okay, 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 okay. Okay. Jetzt kommt wieder der schwierige Part. So. Ich glaube, es passt. Sehr schön. Natürlich müssen wir das jetzt hier wieder... Wie machen wir das denn? Abschließend mit dem Weg, ne? So. Das muss nochmal weg. Oh, das passt sogar ganz gut, glaube ich. Nicht gut gebaut. Ah, nicht ganz. Ja. Ich glaube, ich glaube, ich bin sehr zufrieden mit dem Industriegebiet. Wir haben alles, was wir brauchen, glaube ich. Eine Ranger-Station, ein ACU-Zentrum, ein Kraftwerk, ein Entwicklungslabor und ein Schutzraum und natürlich eine Sturmabwehrstation. Alles untergebracht, was ich wollte. Und ich finde, das ist doch ganz ansehnlich, oder? Also, mir gefällt es sehr gut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Ganze gefällt. Und ich würde sagen, wir kleiden das Ganze jetzt nochmal mit Bäumen und sowas aus. Schön verstecken. Oh, meine Güte, ist das gerade alles hier rot? Gerade Sonnenuntergang, oder was? Oh, ja. Aber vom Allerfeinsten. So, schön bewalten hier. So, viel mehr will ich gerade noch gar nicht bewalten. Wir müssen mal gucken, was wir dann mit dem Rest machen. Aber damit haben wir schon mal neben unserem kleinen Eingangsbereich einen Industriebereich gebaut, der mir sehr, sehr gut gefällt. Wir können ja mal mit einem Ranger Jeep losfahren, wie das Ganze aussieht. Welchen nehmen wir denn da? Welchen nehmen wir? Welcher passt zu unserem Park? Ach komm, wir nehmen den alten. Den finde ich cool. Natürlich ballern wir auch noch ein bisschen Planung rein. Treffsicherheit, Nachladetempo ein. Und Treffsicherheit kann auch nicht schaden. Und dann fahren wir mal los, würde ich sagen. Fahrzeug lenken. Fahren wir mal einmal hier durch unser Industriepark-Gelände. Ja, vielleicht können wir hier noch ein paar Büsche oder so reinmachen. Hört mir gerade mal auf. Sieht ein bisschen trist aus. Aber ansonsten ist das auch schon echt cool. Ah, gefällt mir. Wenn wir jetzt rein theoretisch in unseren Park fahren, mal sehen, wie das dann aussieht. Beim nächsten Mal bauen wir auf jeden Fall dann wieder schöne Gehege und die nächsten Dinosaurier. Vielleicht ja auch den ersten Fleischfresser. Wäre ja auf jeden Fall mal eine Maßnahme. Und so. Also hier fährt man dann raus. Nun kommt man hier zu unserem Park und kann sich dann um die Dinosaurier kümmern und so weiter. Nice. Gefällt mir sehr gut. Oh, die Dinos haben ganz schön Angst vor mir, glaube ich. Da sind sie. Und ich würde sagen, Leute, das soll es für heute gewesen sein mit der Folge. Wir beobachten hier nochmal unsere kleinen, süßen Pflanzenfresser. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Heute war ja nicht wirklich viel Safari dran, sondern mehr so Industriekram. Aber das gehört nun mal auch dazu. Und falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, falls ihr Ideen habt und so weiter, schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das Ganze gefällt, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Macht's gut.